Ja, hallo zusammen, eine neue Woche, ein neues Building on a Budget. Das haben wir schon viel zu lange nicht mehr gehört, würde ich sagen. Ich habe ein schönes Budget-Deck für euch vorbereitet zum Start in die Woche und ich habe mal ein bisschen auf die Community gehört, mal versucht ein bisschen was rauszuhören und heute mal ein Deck mit ein paar älteren Karten. Wir sind nicht so ganz, ganz, ganz oldschool, aber wir haben ganz viele nicht-standard-legale Karten. Also wirklich mal was komplett Neues, was komplett anderes, ein reines, casual Spaß-Deck, möglichst preiswert, aber auf hohem Power-Level und ich habe eine sehr schöne Liste für euch rausgesucht. Es ist ein sehr cooles, Friedhof-basiertes Deck, was schon ein bisschen Kombo-Potenzial hat, aber es versucht den Gegner mit Kreaturen zu überrennen. Also ist ein schöner Mix aus allem, würde ich sagen. Und ja, legen wir auch direkt mal los. Viel Spaß mit diesem Video. So, hier seht ihr jetzt einmal meine komplette Deckliste. Bin super gespannt, was ihr sagt. Mir gefällt sie sehr gut, wirklich schönes Deck. Sehr hohes Power-Level, also für das Casual-Format zu Hause, für den Küchentisch, mal so für zwischendurch zum Spaß spielen. Definitiv eine sehr starke Liste. Wie gesagt, Graveyard, also Friedhof-basiertes, sehr Kreaturen-lastiges Deck mit einigem Kombo-Potenzial. Also man kann schon einiges mit dem Deck machen. Ich finde das auch bei Fun-Decks ganz wichtig, dass die Decks ein bisschen verschiedene Synergien haben oder irgendwie mit dem Gegner interaktiv sind. Soll halt auch Spaß machen, wenn man das Deck spielt. Und ich finde, das Deck macht das wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und das Budget habe ich, wie gesagt, auch relativ niedrig gehalten. Aktueller Preis der Karten ungefähr 25 Euro für das gesamte Deck. Das ist auf jeden Fall noch akzeptabel. Kann man an dem Preis noch ein bisschen was drehen? Selbstverständlich. Da werde ich gleich nochmal mit euch drüber reden. Aber wollen wir uns jetzt erstmal die Einzelkarten anschauen. Das Deck hat wirklich ein paar interessante Synergien. Was soll man damit machen? Los geht's! Wir starten wie immer mit der namensgebenden Karte des Deck. Eine ganz wichtige Kernkarte hier. Viermal Crypt of Agadim. Sehr schönes Land. Super, super preiswert. Und wenn man einfach ein passendes Deck um die Karte baut, dann ist sie halt wirklich sehr stark. Klar, das Land kommt leider getappt ins Spiel. Aber das Powerlevel der Karte ist halt super hoch. Denn unten der zweite Effekt für zwei Mana können wir das Land tappen. Dann kriegen wir ein schwarzes Mana für jede schwarze Kreaturenkarte in unserem Friedhof. Das wollen wir, wie gesagt, maximal ausnutzen. Also wir wollen super viele schwarze Kreaturenkarten. Oder jetzt in diesem Fall werde ich immer sagen Kreaturen in den Friedhof kriegen. Damit das nicht so verwirrend ist. Wir wollen uns selber millen. Super viele Kreaturen in den Friedhof kriegen mit der Krypta. Super viel Mana machen. Und dann das Mana natürlich noch irgendwie vernünftig weiter benutzen. Damit wir uns das genau mal angucken können, die Strategie, brauchen wir erst nochmal ein paar Karten, eben schon erwähnt. Wir wollen uns erstmal selber millen. Ganz wichtig, hier die beste Karte für das Deck ist vermutlich die Hedronkrabbe. Super gut mit der Landfallfähigkeit. Immer wenn bei uns ein Land ins Spiel kommt, dürfen wir die obersten drei Karten unserer Bibliothek in den Friedhof legen. Klar, im Ursprung war die Karte gedacht dafür, um den Gegner zu millen. Wir machen das aber immer auf uns selber. Und für jeden Landrop können wir dann eben drei Karten in unseren Friedhof legen. Wenn da dann die Kreaturen dabei sind, seht ihr schon, die Krypta wird dann sehr schnell sehr viel Mana produzieren. Da wir in Budget-Decks sind, habe ich auch hier viermal Evolving Wilds in dem Deck. Klar, in der ursprünglichen Liste spielt man die ganz regulären Fetch-Länder. Die sind halt besonders gut mit der Hedronkrabbe in Kombination. Man legt halt das Land, hier die Evolving Wilds, also das Fetch-Land, millt sich um drei, opfert dann das Fetch-Land, sucht sich ein neues Land raus und kann sich dann quasi mit einem Land direkt um sechs Karten millen. Da wir in Budget-Decks sind, Evolving Wilds sind da immer noch in Ordnung. Ich sage ja immer, ein paar getappte Dueländer in einem Spaß-Deck sind auf jeden Fall noch in Ordnung. Und da wir halt eben hier den Effekt der Hedronkrabbe ausnutzen wollen, passt die Evolving Wilds wirklich gut in das Deck rein, macht die Karte halt ein bisschen besser. Ist auf jeden Fall ganz gut. Was man jetzt hier noch auf jeden Fall sagen muss, die Hedronkrab, teuerste Karte des Decks tatsächlich, weil sie halt eine recht beliebte Karte ist. Tatsächlich das Playset, aktuell schwankt es so um die 10 Euro. Also falls man da noch ein bisschen Geld einsparen möchte, kann man natürlich auch den Stitcher-Supplier aus den aktuellen Editionen spielen. Der millt natürlich nicht ganz so viele Karten. Ist nicht ganz so gut. Wenn man das Deck aber eben preiswert halten will, dann ist das auch immer noch in Ordnung. Kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, auf welchem Power-Level das Deck sich bewegen soll. Manche Casual-Runden sind ja deutlich stärker. Manchmal möchte man auch einfach nur recht simple, beziehungsweise preiswerte Decks spielen. Das Power-Level von dem Deck ist halt immer noch super hoch, auch wenn man die Krabbe nicht spielt. Also muss jeder so ein bisschen selber für sich entscheiden. Ich habe es jetzt auf jeden Fall hier mal in der etwas stärkeren Variante mit der Hedronkrab gelassen. So, gehen wir mal ein weiterer Mill. Turmsgauer, ganz wichtig, ganz einfacher Mill-Spell. Ein Spieler legt die obersten 5 Karten seiner Bibliothek in den Friedhof. Auch hier wieder, das machen wir natürlich auf uns selber. Soll einfach so ein bisschen zusätzlicher Kartenmill sein. In Kombination mit der Krabbe braucht man auf jeden Fall. Wie gesagt, wir wollen super viele Kreaturen in den Friedhof reinkriegen. Je mehr, desto besser für die Krypta. Also schön Mill ist auf jeden Fall angesagt. Und dann noch viermal Grim Discovery. Eine ganz wichtige Karte. Es muss auch genau diese sein. Wir dürfen einen oder beide Effekte aussuchen. Eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Und oder noch ein Land mit zurück auf die Hand nehmen. Das ist natürlich ein wichtiger Effekt. Wenn wir uns selber millen, passiert es früher oder später, dass die Krypta eben im Friedhof landet. Und dann können wir mit der Grim Discovery auch die Crypt of Agadim eben wieder auf die Hand zurücknehmen. Eben ausspielen, um dann in der nächsten Runde dementsprechend vielen Bahner zu machen. Man kann halt auch noch zusätzlich eine Kreatur mit auf die Hand nehmen. Das kann auch noch sehr vorteilhaft sein. Werdet ihr jetzt hier bei den Kreaturen sehen. Damit wir eben auch zusätzlich neben dem Mill mehr Kreaturen in den Friedhof kriegen, haben wir hier noch die Cycling-Kreaturen. Architects of Will und den Karabit, der Riesenkäfer. Wollen wir halt nur für ihre Cyclingfähigkeit haben. Es sind halt schwarze Kreaturen, die direkt in den Friedhof reinwandern können. Für einen Mana werfen wir sie ab, ziehen noch eine Karte nach und befüllen halt gleichzeitig den Friedhof. Sehr, sehr, sehr gut. Außerdem können wir die Karten auch notfalls im späteren Spielverlauf direkt von unserer Hand spielen. Das Mana haben wir, das funktioniert. Und im späteren Spielverlauf, da kann man halt auch mal in einer Runde drei, vier, vierer Insekten ins Spiel bringen. Das ist halt auch nicht schlecht. Aber eigentlich wollen wir halt wirklich so ein bisschen den Kombo-Aspekt der Krypta ausnutzen. In den ersten zwei, drei Zügen uns millen, viele Kreaturen in den Friedhof legen und dann wirklich einen richtig krassen, explosiven Zug machen. Turn 4 oder Turn 5. Dem Gegner quasi direkt mehrere Kreaturen vor die Nase aufs Board setzen. Das ist auf jeden Fall sehr stark. Also die Cycler sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann kombinieren wir das Ganze mit den Unearthed-Kreaturen. Das ist nämlich noch besser, wenn die im Friedhof landen. Wir millen uns, alles geht in den Friedhof. Und dann können wir eben mit der Krypta sehr viel Mana produzieren und dann eben alle Unearthed-Kreaturen aus unserem Friedhof in einem Zug ausspielen und dann den Gegner mit einer riesigen Masse an Kreaturen angreifen. Die Rotting Reds haben auch noch den netten Nebeneffekt. Wenn sie ins Spiel kommen, wirft jeder Spieler eine Handkarte ab. Also unsere Gegner verlieren konstant Handkarten. Bei uns ist das nicht so schlimm. Wir können notfalls auch mal eine Kreatur einfach abwerfen mit Unearthed. Der Spectre ähnlich. Wenn ihr dem Gegner Kampfschaden zufügt, muss er wieder eine Handkarte abwerfen. Also ihr seht, unsere Kreaturen machen immer noch irgendwas. Selbst wenn sie später wiederbelebt wurden. Und das macht das Deck halt so stark, wenn man wirklich mehrere Unearthed in einer Runde wiederbelebt, dann kann das wirklich gefährlich werden. Aus dem Grund haben wir natürlich noch mehr Unearthed-Kreaturen. Wir haben hier noch den Viserra-Drager. Ganz einfach quasi zwei Mana, drei, drei Eile, wenn wir ihn aus dem Friedhof wiederholen. Ziemlich gut. Und dann noch der Extractor-Demon. Natürlich unser großer Finisher. Ganz wichtig. Fünf, fünf fliegend. Und wenn eine andere Kreatur das Spielfeld verlässt, dann dürfen wir einen Spieler zwei Karten millen lassen. Das machen wir natürlich dann wieder auf uns selber. Und ihr seht, sobald das Deck einmal so ein bisschen Tempo aufgenommen hat, man millt sich immer mehr. Man belebt dann ein, zwei von den Dämonen wieder. Andere Kreaturen sterben. Man millt sich um noch mehr Karten. Unsere Krypta macht dann dementsprechend noch mehr Mana. Und im nächsten Zug wird der Gegner dann halt von noch mehr Kreaturen angegriffen. Also wirklich eine sehr schöne Synergie. Die letzte Kreatur im Deck sind zwei Fate-Stitcher. Auf den ersten Blick gar nicht mal so stark. Vier Mana, ein, zwei. Wir können ihn tappen, um einen permanent zu tappen oder zu enttappen. Mit Unearthed für nur ein blaues Mana. Gut, das müssen wir dann halt extra bezahlen, das blaue Mana. Aber der Fate-Stitcher ist sowas von stark in dem Deck. Wenn wir nämlich mit der Krypta sehr viel Mana gemacht haben, dann werden wir den Fate-Stitcher wieder beleben. Der Fate-Stitcher benutzt seine Fähigkeit, um unsere Krypta nochmal zu enttappen. Und dann fangen wir nochmal von vorne an. Also ihr seht schon das Deck, wenn man in den ersten Zügen wirklich ordentlich Karten millt, dann produziert das Deck wirklich unfassbar viel Mana und kann den Gegner dann gegebenenfalls auch in einem Zug sehr schnell überrennen. Falls das natürlich mal nicht ganz so gut klappt, kann man den Gegner im späteren Spielverlauf auch einfach mit seinen großen Kreaturen unter Druck setzen, indem man sie von der Hand spielt. Also ein Deck, was durch seine Synergie quasi von Zug zu Zug stärker wird. Super, super gut. Und ganz am Ende wird das Ganze natürlich dann noch aufgefüllt mit den Standardländern. Sehr einfach gehalten, acht Inseln, fünf Sümpfe und ein Gebirge. Zusammen mit den Evolving Wilds hat man da eigentlich immer das richtige Mana. Notfalls, falls man die Länder millt. Schwarzes Mana produziert man halt relativ leicht mit dem Deck. Wir haben ja auch noch zusätzlich viermal die Krypta. Man kann ja auch nochmal Länder aus dem Friedhof wiederholen. Falls einem zum Beispiel farbiges Mana fehlt, findet man in seinem Friedhof eigentlich immer noch das passende Land. Und ja, das war's tatsächlich schon hier für die Deckliste. Das ging heute wirklich relativ schnell, aber das Deck ist halt einfach so krass auf seine Synergie aufgebaut. Ich denke, da muss man gar nicht so viel zu sagen. Abschließend können wir uns nochmal die Deckbewertung anschauen. Da sieht man dann nochmal wirklich, was das Deck machen soll. So, die Deckbewertung für dieses Deck ist tatsächlich genauso sortiert wie die Deckliste. Man sieht hier direkt, das Deck funktioniert halt auch wirklich. So im Bereich Kreaturen, Synergie und Kombo-Potenzial jeweils vier von fünf Punkte. Kreaturen, ja, als unsere Haupt-Win-Condition. Wir benutzen wirklich sehr viele Kreaturen, nicht nur zum Angreifen, sondern auch einfach, damit unsere Kombo funktioniert. Das Ganze synergiert auch super stark miteinander. Die Karten untereinander haben eine super hohe Synergie. Und ja, das Kombo-Potenzial ist halt auch dementsprechend hoch, wenn man halt in den ersten zwei, drei Zügen wirklich schon die richtigen Karten meldet. Dann explodiert das Deck einfach auf eine richtig schnelle Art und Weise. Der Gegner kann sich dann meistens nicht mehr dagegen wehren. Und man setzt den Gegner halt wirklich von Zug zu Zug unter Druck mit einem Tempo von drei von fünf. Das ist wirklich so der mittlere Bereich. Also das Kombo-Potenzial ist schon ein bisschen höher. Also das Deck ist wirklich, wenn es dann mal Tempo aufgenommen hat, wirklich sehr explosiv. Aber das etwas langsamere Tempo ist natürlich durch die Budget-Mana-Base zu erklären. Es sind tatsächlich die Evolving Wilds. Würde man jetzt die Evolving Wilds durch ganz reguläre Fetch-Länder ersetzen? Natürlich, das geht in der Regel nicht für ein Budget-Deck. Das ist halt viel, viel, viel zu teuer. Das würde das Deck aber auf jeden Fall einen gesamten Zug schneller machen. Tatsächlich früher, vor ungefähr zehn Jahren, als die Karten standardlegal waren, war das Deck tatsächlich auf Competitive-Ebene sehr beliebt. Und hier jetzt so als Budget-Variante im Casual-Format natürlich drei von fünf noch völlig ausreichend. Das Deck ist immer noch mehr als explosiv genug. Man will ja auch nicht den ganzen Küchentisch in die Luft sprengen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fand, das war so noch in Ordnung. Kann man auf jeden Fall noch sehr gut auch mal in einer spaßigen Runde zocken, das Deck, wie ich finde. Im Bereich Kartenvorteil und Flexibilität und Kontrollpotenzial dann natürlich nur ein von fünf Punkten. Flexibilität haben wir nicht wirklich. Wir können nicht auf die gegnerischen Karten eingehen. Deswegen auch ein dementsprechend niedriges Kontrollpotenzial. Wir sind halt nicht wirklich interaktiv. Und auch im Bereich Kartenvorteil, wir haben keine wirklichen Karten, die Kartenvorteile im klassischen Sinne generieren. Also wir ziehen keine Karten nach. Natürlich, Grim Discovery kann Karten wiederholen. Wir verlieren aber auch einfach sehr viele Karten. Aber das ist gar kein so großes Problem für das Deck. Wir können zwar selber nicht wirklich Kartenvorteil machen, aber ganz viele Karten in unserem Deck lassen den Gegner Handkarten abwerfen. Also das ist auch völlig in Ordnung, wenn wir keinen Kartenvorteil machen und dafür sorgen, dass der Gegner keinen Kartenvorteil machen kann. Dann haben beide Spieler quasi nur noch die Ressourcen, die so im Spiel sind, beziehungsweise schon im Friedhof sind. Und das können wir natürlich mit unserer Deckstrategie dementsprechend gut nutzen. Und können halt so den Gegner auch mal überrennen, selbst wenn er selber ein bisschen Kartenvorteil machen kann. Ja, das war's zu Crypt-Kombo-Deck. Ein sehr schönes Deck, wie ich finde. Ein ganz einfaches Kombo-Deck, wenn man vielleicht in so ein Kombo-Deck auch mal reinschnuppern will. Dann noch ein bisschen was mit dem Friedhof machen will. Man muss halt auch wirklich rechnen. Hat man genug Kreaturen? Was kann ich damit alles ausspielen? Welche Abfolge von Karten produziert am meisten Mana im nächsten Zug? Man muss halt schon auf viele kleine Einzelheiten achten, damit das Deck wirklich gut funktioniert. Damit man auch wirklich das volle Potenzial aus dem Deck rausholen kann. Also definitiv ein recht anspruchsvolles Deck. Macht Spaß zu spielen. Man muss ein bisschen überlegen. Und ja, das war jetzt auch erstmal alles, was ich zu diesem Deck zu sagen habe. Ich hoffe, die Deckliste hat euch gefallen. Ihr konntet ein paar coole Infos und Tipps mitnehmen, wenn denen so ist. Über einen Daumen hoch würde ich mich mega freuen. Und dann wünsche ich euch wie immer jetzt erstmal noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.